Hey Leute und willkommen zurück hier bei Silent Hill Downpour. Ja, wir sind in der letzten Folge ein wenig planlos herumgerannt, da ich die ganze Zeit die Glühbirne gesucht habe, die wir benötigen. Aber jetzt haben wir sie endlich gefunden und jetzt muss ich erstmal schauen, wie es überhaupt hier zurückgeht. Ja, hier wohl nicht. Oh, was liegt denn da? Oh, was ist das denn? Junge aus dem Ort vermutlich auf dem Weg von der Schule nach Hause entführt. Von Harold Ulysses. Brahms, anscheinend wurde gestern ein sechsjähriger Junge von einem unbekannten Kidnapper entführt, als er am Nachmittag auf dem Weg von der Schule nach Hause war. Dann wahrscheinlich der Name, ich denke mal Charlie Pendleton, der die Robbins Grundschule besuchte, wurde zum letzten Mal gegen 14.30 Uhr gesehen, als er den Schulhof verließ. Er war allein unterwegs und bis jetzt konnten noch keine Augenzeugen ausfindig gemacht werden. Im Moment haben wir nur sehr wenige Informationen, sagte Detective Elliot Benson, der die Ermittlungen der Polizei von Brahms leitet. Wie bei jeder mutmaßlichen Entführung sind die ersten 48 Stunden entscheidend. Daher bitten wir jeden, der Informationen zum Verschwinden des Jungen haben könnte, unsere anonyme Hotline anzurufen. Die Polizei hat bereits Schulangestellte, Schüler und Bürger, die nahe der Robbins Grundschule leben und arbeiten, befragt. Zum Zeitpunkt der Verfassung des Artikels waren die Eltern des vermissten Kinds noch nicht für eine Stellungnahme verfügbar. Wie sie sich sicher vorstellen können, wünschen sich die Eltern nichts mehr als die sichere Rückkehr ihres Kindes und richten darauf all ihre Energie, erklärte Detective Benson den Reportern. Für Charlie Pendleton eventuell wurde eine bundesweite Vermisstmeldung herausgegeben. Sollten Sie Informationen über sein Verschwinden haben, kontaktieren Sie bitte die Hotline der... Ja, also es ist schon gar nicht schlecht, wenn man hier ein bisschen die abgelegenen Orte ansteuert. Wenn man nämlich immer wieder interessante Artikel findet, ist das eigentlich gar nicht schlecht. Und ich muss überlegen, wie ich jetzt überhaupt zurückkomme. Denn ein bisschen was wollen wir hier ja in dieser Folge mal schaffen. Sind wir nicht irgendwie von hier gekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, Murphy hat irgendwie keine Lust mehr zu rennen. Ach, da war dieser, genau, da war dieser eine Klamottenladen. Wir sind hier durchgekommen, oder? Murphy, hast du echt keine Lust mehr zu rennen? Ich habe da irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Ach, hier sind wir. Was ist denn? Oh, ein Verbandskasten. Sehr schön. Und dann schaue ich nochmal eben hier oben. Ach, es gibt hier so viel zu entdecken. Man kann hier so lange rumlaufen. Und folgt trotzdem noch nicht der Hauptstory. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt hier gleich das Kino finden. Was ist denn das für eine Tür? Waren wir da schon drin? Ich gucke gleich auf die Karte. Ich weiß ja, dass ihr wahrscheinlich auch hier ein bisschen vorankommen wollt. Da ist das Kino. Da komme ich jetzt aber so nicht hin. Aber was ist hier? Ich musste einfach kurz reingehen. Was ist das denn? Das ist aber nicht... Das ist aber nicht das Wohnhaus, in dem wir schon waren. Feuerzeug? Kann ich das Radio anmachen? Nee, schade. Oh Mann, wo sind wir jetzt? Es kommen hier immer mehr Sachen, die ich mir anschauen möchte, die ich machen möchte. Huch, finde die Schattensymbole auf der Karte. Bitte was? Inventar öffnen. Nee. Finde die Schattensymbole auf der Karte. Ich schaue gleich mal nach. Was da jetzt genau im Tagebuch steht. Was ist das hier? Seelenauge. Ach, hier. Moment, Inventar... Inventar öffnen. Seelenauge. Okay, kann ich aber nicht benutzen. Oh Mann, es gibt so viel zu tun. Was haben wir hier? Noch eine Taschenlampe? Forensische Taschenlampe. Okay. So, jetzt möchte ich erst nochmal eben schauen. Also. Repariere den Projektor. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Finde die Schattensymbole auf der Karte. Ich habe eine Karte der Stadt gefunden. Sie scheint etwas mit den Schattensymbolen zu tun zu haben. Ah. Okay. Noch kann ich da aber nichts machen. Oh Mann, ich weiß echt gar nicht, was ich zuerst machen soll. Aber ich habe mich jetzt eigentlich auf den Filmprojektor im Kino eingestellt. Und deshalb würde ich da auch echt gerne hin. Sofern ich den Weg finde. War da noch irgendwas? Nein. Sind wir nicht irgendwie... Oh, was ist das denn? Eine Brücke. Sind wir nicht irgendwie über so einen kleinen Hinterhof gegangen und dann zum Kloster gekommen? Also hier... Oh, was ist das? Ach ne, nur eine Schaufel. Also hier waren wir definitiv noch nicht. Und hier sind wir auch nicht auf dem richtigen Weg zum Kino. Ach komm, ich versuche mal einfach wegzurennen. Wow. Ganz schön laut, die Gute. Ich schaue mal. Vielleicht komme ich ja hier auch irgendwie zum Kino zurück. Wobei das gerade auf der Karte so aussah. Das wäre hier irgendwo eine Straßensperre. Da geht es auch noch durch. Moment. Oh. Oh wow, wir sind in einem ganz anderen Gebiet. Ich sollte schnell wieder zurückgehen. Ja. Ich glaube, ich muss mein Denken ein wenig umändern. Ich möchte ja selbst immer möglichst viel in einer Folge schaffen. Weil ich halt... Was war das? War das ein Vogel? Es hört sich an wie ein Vogel. Da! Oh man, lass mich in Ruhe. Ich wollte das Vögelchen hier befreien. Wenn wir es gerade schon mal gefunden haben. Ja, man möchte natürlich möglichst... Oha! Blöde, alte! Au. Au! Hey! So, jetzt lass mich das Vögelchen befreien. Ja, man selbst möchte natürlich immer möglichst viel in einer Folge schaffen. Und wenn man es dann nicht schafft, dann... Ach, boah! Ich wollte gerade sagen, wie schön diesen Kontrast zu sehen. Diese schöne Blumenwiese. Hehe. Ja, man möchte selber immer möglichst viel schaffen. Und schafft man es dann nicht? Ist man vielleicht selbst ein bisschen... Ja, enttäuscht will ich nicht sagen. Aber denkt dann halt auch so... Hm, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Und hier was zu reißen. Eigentlich hatte ich hier total den Plan. Und jetzt wird es nichts. War das jetzt das besagte Haus? Ich komme auch jetzt total durcheinander, weil einfach alles gleich aussieht. Jo, das war das Haus. Ich muss den Erste-Hilfe-Kasten nehmen. Auf jeden Fall. Ich finde nicht mehr zurück. Ich habe mich ins Highlight-Hilfe laufen. Ich gehe jetzt einfach hier durch. Ich glaube, von hier bin ich auch gekommen, oder? Ich will es hoffen. Also, ich muss auf jeden Fall erstmal zu der Straße zurück. Wo... Ach, Murphy hängt hier fest. Wo das Kloster war. Oh, echt? Ach. Kann ich das irgendwie einsammeln? Seelenauge in mir eröffnen. Hm. Na gut, eventuell können wir das später machen. Vielleicht lassen wir es auch ganz aus. Ich weiß es noch nicht. Aber, wie gesagt, ich muss hier jetzt erstmal irgendwie rausfinden. Und wieder zum Kloster kommen. Wo ich, glaube ich, auch jetzt gleich bin. Nur dann halt vom Kloster irgendwie zum Kino. Was sich als sehr schwer herausstellt. Vor allem, wenn das Spiel hier gerne mal hängt. So, da geht es ja nicht rein, ne? Öffnen. Oh. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Ich muss auf die Karte gucken, damit wir nicht wieder zu weit weglaufen. Hä? Kommen wir jetzt hinten am Kino raus? Ich meine, das liest sich auf der Karte so, als wären wir direkt dort. Und wir sind auch dort. Oh Mann, was ist mit dem Spiel los? Warum hängt's? So, endlich. Wir sind am Kino. Wir haben es geschafft. Und jetzt können wir uns gleich hoffentlich die Filme anschauen. So, auf jeden Fall das Licht an. Ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Murphy, machst du bitte die Tür auf? Huch. Boah, ich erschrecke mich auch jedes Mal, ne? Wenn die Türen zu fallen. Ich kann mich daran irgendwie nicht gewöhnen. Eigentlich müsste ich da so langsam mal wissen. So, gleich sind wir da. Sehr schön. Inventar öffnen und Ersatzbirne einsetzen. Das sollte funktionieren. Und ich werde mir jetzt, bevor ich einen Film einlege, eben kurz hier einen Zettel zurechtlegen und einen Stift. Da ich mir vorstellen kann, dass wir auf den Filmen irgendetwas sehen, was dann eine Zahlenkombination ergibt, die wir hier hinter Murphy eingeben können. So, Zettel und Stift rausgekramt. Und jetzt würde ich gerne die Filme hier einlegen. Inventar öffnen. Und dann schauen wir uns zuerst das Haus am See an. Achso, müssen wir dafür nach unten? Oder muss ich jetzt auf Benutzen erst klicken? Was? Sag bloß, wir können jetzt... Huch, was macht die Kamera immer? Sag bloß, wir können jetzt hier in irgendeiner Art und Weise die Welt wechseln. Wow! Okay! Wie geil ist das denn? Das finde ich gerade mega cool. Wow! Das gef... Huch, was war das? Das gefällt mir. Kann ich hier rein? Huch! Oh Mann! Ach, wie krass ist das denn jetzt? Warum fallen hier überall Kisten runter? Das ist ja mega cool gerade. Ich gehe mal einfach hier rein. Ich weiß nicht wirklich, was wir hier tun, aber... Wahrscheinlich... Holzkurbel. Okay. Irgendwie gefällt mir das gerade. Und ich habe das Gefühl, hier ist Murphy auch ein bisschen schneller. Murphy, gehst du durch die Tür? Wie geil! Da hängt wieder so ein rotes Band. Was hat es mit den roten Bändern auf sich? Toilette? Können wir die benutzen? Hier in der tollen Filmwelt, in der wir gerade sind. Eine Holzkurbel. Okay, hier geht es nicht weiter. Da steht auch nichts. Was ich mich jetzt frage... Ist das wohl sein Haus? Beziehungsweise vielleicht eins daneben, dass das hier irgendwie die Nachbarschaft oder so ist? Gucken wir uns mal das Auto an. Wir können auch leider ja nicht auf die Briefkästen gucken. Da müssten ja Namen stehen, aber... Mann, warum fällt hier immer alles runter? Können wir den Ball mitnehmen? Nee, schade. Okay, ich glaube, das war es hier. Ja, jetzt müssen wir also... Ist das eine Vogelscheuche links? Was ist das? Ich erkenne das so schlecht. Okay, Taschenwaffe können wir aus- und anmachen. Bringt aber nichts. Ja, gut. Dann müssen wir jetzt wohl nach und nach hier die Filme einlegen. Höre ich da... Höre ich da Gegner? Also höre ich mein Radio? Meine Walkie-Talkie? Bin mir gerade nicht sicher. So, ich... Möchte benutzen. Achso, dann nimmt er ihn raus. Okay. Dann die stummen Kinder. Okay, Film läuft. Und wir haben... Keine Zahlen... Oder so gesehen, die wir... bei der Tür eingeben könnten. Das sieht aus wie... Ja, ein Kinderzimmer. Oder vielleicht auch ein Krankenbett oder so. Oh, wow. Ich hoffe nur, hier sind keine Gegner. Auf die habe ich nämlich jetzt... Gar keinen Bock. Gingst da rein? Ist das ein Krankenhaus? Oh. Was ist das? Wo ist denn meine Film... Wo ist denn meine Holzkurbel? Hä? Habe ich nicht gerade eine Holzkurbel mitgenommen? Wo ist die? Hä? Ich bin verwirrt. Kann ich die nicht mit rausnehmen aus dieser Filmwelt? Das ist ein Kinderheim. Und da haben wir eine 24. Die schreibe ich direkt mal auf. Das könnte ein Kinderheim sein, ne? So wie es aussieht. Kann ich die Leiter nach oben? Murphy, kannst du da hoch? Weil manchmal macht er es ja einfach nicht. Wie in der Bibliothek zum Beispiel. Aber... Hm, okay. Also das irritiert mich jetzt echt mit der blöden Holzkurbel. Ich hatte die doch. Na schön, wir schauen uns dann erstmal den dritten Film an. Und dann sehen wir einfach mal weiter. Das finde ich jetzt gerade echt merkwürdig. Vor allem, das sah ja auch aus wie so eine Art Spieluhr. Gerade auf dem Tisch. Wo man die Kurbel hätte benutzen können. Na okay, vielleicht muss man auch erst alle drei Filme schauen. Ich weiß es nicht. Dachbodengeheimnis. Dann schauen wir doch mal auf den Dachboden. Oder ich muss, so wie es in dieser Notiz stand, die Filme irgendwie zusammenkleben. Flicken, wie auch immer. Nein, ich wollte nicht zurück auf Murphy. Weil in dieser Notiz, die wir am Projektor gefunden haben, stand ja, dass man die Filme... Oh nö, oder? Muss ich denn jetzt... Och Gott, ich muss sie nochmal einlegen. Ja, da stand, dass man die Filme irgendwie zusammenkleben muss. Und wie das Ganze funktioniert. Vielleicht müssen wir echt irgendwie sowas machen. Jetzt nimmt er die Filmrolle komplett raus. Und ich muss sie nochmal komplett einlegen. Wow, das ist einfach total super. Und dann werde ich gleich feststellen, wenn es auf dem Dachboden auch nichts ist, was ich irgendwie mitnehmen kann. Und dann weiß ich nicht weiter und stehe auf dem Schlauch. So wird es vermutlich sein. So, jetzt auf keinen Fall zurückgehen, sondern schön hier weiter. Ah, Murphy, du kommst auf einem verdächtigen Nah. Alte Bücher. Oh, was ist denn da hinten? Hier steht... Was? Öffne die Truhe auf dem Dachboden? Hä? Nein, nimm bitte deine Waffe wieder mit. Öffne die Truhe auf dem Dachboden. Oder brauche ich... Nee, dafür brauche ich definitiv einen Schlüssel. Bitte, was? Also, ich konnte die Holzkurbel aus dem einen Bild nicht mit rausnehmen. Warum auch immer. Hier muss ich die Truhe öffnen. Ohne Schlüssel. Naja, ich denke mir, der Schlüssel wird vermutlich in dieser Spieluhr sein, die wir mit der Kurbel öffnen. Das finde ich gerade merkwürdig. Oder habe ich die Kurbel doch nicht aufgehoben? Aber habe ich doch. Es stand doch da, dass ich jetzt eine Holzkurbel habe. Also, da werde ich jetzt nochmal eben nachschauen. Das machen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge, weil ich gerne wissen möchte, wie das funktioniert mit der Kurbel. So, ja, Murphy, du hast alles wieder rausgenommen und jetzt wechselst du ganz langsam im Inventar durch und wir packen das Haus am See wieder rein. So, Film läuft. Vor allem, weil ich jetzt auch nur zwei Zahlen habe, also die zwei und die vier. Ich müsste doch eigentlich in jedem Film welche finden. Weil ich glaube, der Code, den wir in der Bibliothek eingeben mussten, der war sechsstellig, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass wir wieder einen sechsstelligen brauchen. Ich gucke jetzt nochmal hier, ganz genau. Ah, hier ist definitiv nichts. Auch keine Zahl, die irgendwo steht, gar nichts. Dann schauen wir noch mal weiter. Okay. Ich schaue mal gerade, ob ich hier noch weitergehen kann. Nee, das geht auch nicht. Auf der Bank ist auch nichts. Okay. Hier nicht. Da komme ich nicht rüber. Hier auch nicht. Tja, jetzt bin ich gespannt, was hier mit der Kurbel ist. War die rechts? Ah, nee. Nein, hier war nur eine Toilette. Nein, Murphy, du brauchst dich nicht auf der Toilette verstecken. Ähm, Murphy, gehst du bitte raus? Also mit Türen hat er manchmal Probleme. Da hakt er gern mal so ein bisschen. Hier, da liegt die blöde Kurbel. aufheben. Ich habe eine Holzkurbel. Ich habe definitiv eine Holzkurbel. Eine Kurbel für ein Filmrequisit. Okay. Huch, Moment. Das war nur die Tür nach draußen. Was ist denn hier? Das war nur ein Spiegel, glaube ich, ne? Ja. Okay, also. Ich bin aus dem Haus jetzt gleich raus. Und ich habe die Kurbel noch. Das ist sehr schön. Hier ist aber auch nirgendwo, also in diesem Bild ist ja auch kein Filmrequisit, wo ich die Kurbel benutzen könnte. Von daher... So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe die Filmkurbel nicht mehr. Ich habe sie einfach nicht mehr. Ich kapiere es gerade nicht. Ja, Leute, ich muss die Folge aber an dieser Stelle beenden. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie das hier funktioniert, beziehungsweise Tipps oder Hinweise geben. Vielleicht komme ich ja dann anhand derer selbst darauf. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Silent Hill Downpour, wenn wir hoffentlich diese Nebenaufgabe lösen können. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.